Ich spiel Safening Krieger in The Burning Crusade, wobei ich ja auch gern ein paar Feuerbälle schleudern würde, dann wird's der Mage, obwohl heilen ja auch echt Spaß macht, vielleicht doch einfach ein Priester? In diesem Video stellen wir euch alle Klassen samt der neuen Fähigkeiten und markantesten Änderungen vor. Außerdem zeigen wir euch in einem kleinen Fazit, was euch mit der jeweiligen Klasse im Endgame erwartet. Besagtes Endgame unterteilen wir in PvE Raids und PvP Arena. Das Video soll definitiv kein ihr müsst unbedingt ab TPC diese und jene Klasse spielen, weil ihr nur so seid, die am Penis mit auf Platz 1 werden, sondern eher eine Übersicht, was euch in The Burning Crusade erwartet. Zudem gehen wir nicht zu detailliert auf die jeweiligen Klassen ein, das sonst einfach den Rahmen sprengen würde. Bevor wir jetzt aber mit unserer ersten Klasse starten, wollen wir kurz allgemein auf die Änderungen in The Burning Crusade eingehen. In Classic kann man es so beschreiben, dass jede Klasse noch seine zugewiesene Rolle hatte. Der Priester, Druide, Paladin und Schamane waren in den meisten Fällen die Heiler und konnten nur unter Schwierigkeiten die anderen Rollen ausführen. Der Main Tank war ein Krieger und die Schadensausteiler die üblichen Verdächtigen. Diese Struktur ändert sich in TPC. Ihr habt so gesehen jede Klasse und jeder Spec seine Daseinsberechtigung. Natürlich ist nach wie vor die ein oder andere Klasse unter Umständen etwas besser als die andere. Das ganze fällt allerdings nicht mehr so ins Gewicht wie noch in Classic. Starten wir aber jetzt einfach mal mit der ersten Klasse. Der Krieger. Die meistgespielteste Klasse in WoW Classic. Nicht nur in Raids war diese mehrfach von der Partie, auch im PvP hat er gerne mal den ein oder anderen Mitspieler mit wenigen Schlägen aus den Pantoffeln gehauen. Das richtige Equipment natürlich vorausgesetzt. Auch in TPC ist dieser in vielen Belangen vorne mit dabei. Was ändert sich also beim Krieger? Er bekommt beim Leveln vier neue Fähigkeiten. Siegesrausch mit Level 62, was moderaten Schaden macht, allerdings nur 20 Sekunden, nachdem ihr ein Gegner, welcher XP bzw. Ehre bringt, getötet habt, einsatzbereit ist. In TPC heilt Siegesrausch auch noch nicht, beachtet das auf jeden Fall. Mit Level 64 gibt es Zauberreflexion. Definitiv eine der coolsten neuen Fähigkeiten. Diese ermöglicht euch so gut wie alle Zauber, wie zum Beispiel Feuerbälle, Schattenbälle oder auch Schiebverzauberungen sowie Dots auf das angreifende Ziel zurückzuschleudern. Mit dem richtigen Makro ist diese Fähigkeit vor allem im PvP super mächtig und super witzig. Ich mein, wie blöd schaut wohl der Mager aus der Wäsche, wenn er plötzlich das Schaf ist und nicht ihr? Mit Level 68 gibt es den Befehlsruf, welcher die Gesundheit von euch und euren Partymitgliedern erhöht. Vergesst allerdings nicht, dass nur ein Ruf pro Krieger aktiv sein kann. Ab 70 bekommt ihr zu guter Letzt noch die Fähigkeit Einschreiten. Bei dieser chargt ihr einen Mitspieler an und fangt den nächsten einkommenden Melee oder Rainschaden ab. Diese Fähigkeit ist vor allem in der Arena super, da ihr dadurch zum Beispiel schnell zu euren Healern kommt, welcher gerade attackiert wird, aber natürlich auch im PvP nicht zu unterschätzen. Gehen wir mal noch im Schnelldurchlauf auf die jeweiligen Talentbäume ein. Der Prottkrieger ist nach wie vor super. Er ist und bleibt der beste Singletarget Tank im Spiel und hat zudem die meisten und stärksten Dev-CDs wie zum Beispiel Last Stand oder Schildwall. Er profitiert von den Anpassungen von Schildschlag sowie von seinem 41er Talent Verwüsten. Fury skaliert nach wie vor extrem mit seinem Equipment Stand und bekommt als 41er Talent die Fähigkeit Toben, welche die Attack Power erhöht. Als Waffenkrieger bekommt ihr als 41er Talent endlose Wut. Diese erhöht eure generierte Wut um 25%. Außerdem eine sehr starke Supportfähigkeit mit Blutraserei, welche den kompletten Melee Schaden am Ziel um 4% erhöht. Ab TPC findet ihr zudem die Fähigkeit Todeswunsch im Waffen und weitreichende Stöße im Fury Bomb. Allgemein ist die PvE und Raid Aussicht für den Schutzkrieger super. Er ist nach wie vor ein sehr beliebter Tank. Vor allem zu Anfang TPC und wenn es um Singletarget Gegner geht. Einen Waffenkrieger hat man zudem auch immer sehr gern dabei. Der Schaden ist zwar am Anfang nicht der höchste, allerdings sind es alleine die plus 4% Melee Schaden durch Blutraserei wert. Fury macht hingegen in Raids normalerweise etwas mehr Schaden. Vor allem in den späteren T6 Schlachtzügen kann der Fury dank seinem Gear wieder gut mit den anderen Schadensklassen mithalten. Vor allem wenn man einen gut ausgerüsteten Überlebensjäger dabei hat, dazu aber später mehr. In der Arena hingegen ist er eine Wucht. Man benötigt vermutlich deutlich mehr Skill als mit anderen Klassen. Dafür kann ein gut gespielter Krieger dem ein oder anderen Arena Team ganz schön Probleme bereiten. Vor allem mit dem richtigen Partner im Rücken. Auch Talente wie zum Beispiel Kräfte sammeln oder die Kolbenspezialisierung aus dem Waffenbaum sowie vorhin genannte Zauberreflexion helfen ihm dabei in der ein oder anderen Situation als Sieger vom Platz zu gehen. Wenn er zur Kolbenspezialisierung im späteren Spiel noch die selbstgebaute Waffe Bote des Sturms trägt, wird das Ganze definitiv noch gefährlicher. Vergessen dürfen wir hier natürlich auch kein Mortal Strike, welches zu manchen Healer schon in Classic an seine Grenzen gebracht hat. Der Magier In Classic ebenfalls einer der flexibelsten und beliebtesten Klassen mit zu liebem Schaden, kostenlosem Essen und Trinken, Portalen, die Möglichkeit Instanzen Solo zu farmen und vieles mehr. Die meisten der aufgezählten Dinge bleiben natürlich auch in TBC. Schauen wir uns auch hier mal seine neuen Fähigkeiten an. Mit Level 62 bekommt ihr geschmolzene Rüstung. Diese fügt dem Gegner bei einem Treffer Feuerschaden zu, erhöht eure kritische Trefferchance und verringert im gleichen Zuge die Chance, dass ihr von einem kritischen Treffer erwischt werden könnt. Die Rüstung kann zudem Einschlag auslösen und somit den Gegner betäuben. Ab Level 64 bekommt ihr Arcan-Schlag, ein Schadenszauber, welcher bis zu dreimal stackt und bei jedem Stack weniger Cast-Zeit erfordert, dafür deutlich mehr Mana kostet. Ab Level 65 bekommt ihr das Portal nach Shadrat, sowie ab 66 die Eislanze, welche extrem mächtig ist, vor allem beim Leveln und auch im PvP. Diese macht dreifachen Schaden gegen eingefrorene Ziele und ermöglicht in Kombination mit anderen Fähigkeiten ein enormes Burst-Potential. Ab 68 gibt's die Unsichtbarkeit, welche euch, wie der Name schon sagt, nach 5 Sekunden unsichtbar macht. Auch super, um zum Beispiel im PvE eure Aggro zu droppen. Ab Level 70 erhaltet ihr eure letzte Fähigkeit Zauberraub, welche euch ermöglicht, vom Gegner Buffs zu klauen. Er schließt vor allem im PvP komplett neue Möglichkeiten. Allerdings ist die Fähigkeit sehr Mana-intensiv und der geklaute Zauber ist random. Man kann diesen also nicht beeinflussen. Außerdem gibt es Tischlein Deck-Dich. Mit diesem Skill kann der Magier mithilfe von zwei weiteren Spielern einen Tisch erschaffen, an dem sich Mitspieler bis zu 50 Aufladungen an Mana-Keksen selbst holen können. Die Kekse stellen Mana und leben wieder her. So muss der Mage nicht vor jedem Raid händisch etliches an Wasser und Brot herstellen. Weiter geht's zu den Talenten. Feuer wird vermutlich vor allem in den ersten Raids der PvE-Spec schlechthin sein. Mit dem 41er Talent bekommt ihr die Fähigkeit Drachemodem. Diese macht in einem Kegel vor euch Feuerschaden und desorientiert die Gegner für drei Sekunden. Auch wenn sich das Ganze eher nach einem PvP-Talent anhört, nimmt man es auch gern in einer PvE-Skillung mit. Arcan ist die nächste Ausrichtung des Magiers. Diese wird vor allem ab dem T5-Content zu seiner gängigen PvE-Skillung. Vor allem der zwei Teile vom T5-Set den Schaden von Arcan-Schlag um 20% erhöhen. Das 41er Talent verlangsamen erhöht die Movement-Geschwindigkeit sowie die Zeit, welche zwischen Angriffen und Zaubern vergeht um 50%. Ein reines PvP-Talent mit nur Nischeneinsätzen im PvE. Allerdings gilt man dieses als reiner PvP-Magier meistens nicht mit, da allgemein Frost und andere Punkte besser sind. Kommen wir auch direkt zu Frost und somit der letzten Ausrichtung. Der PvP-Spike schlechthin. Als 41er Talent gibt es hier das Wasserelementar, welches euch 45 Sekunden dient und sogar eigene Fähigkeiten wie zum Beispiel eine Frostnova kann. Genau hier kommt auch die vorhin genannte Eislanze wieder ins Spiel. Neutral betrachtet ist die Raid-Qualität des Magiers auf jeden Fall mehr als gegeben. Der Schaden ist nach wie vor im oberen Mittelfeld. Da die meisten Encounter etwas melee unfreundlich sind, kommt das natürlich dem Mage zugute. Vor allem der Feuermagier ist bis an den T5-Content einer der besten Range-Specs im Spiel. Ab zwei Teile vom T5 könnte man sich überlegen, ob man für die Raids nicht auf seine Arcanskillung wechselt. Allerdings benötigt dies einen riesigen Mana-Pool, da man deutlich schneller umgehen wird als mit Feuer. Auch der Tisch ist ein riesiger Vorteil für den Raid und spart vor allem Zeit und Nerven. Wollt ihr ambitioniert Arena spielen, kommt ihr vermutlich nicht über einen Frost-Zweck hinweg. Wenn ihr diesen aber beherrscht, könnt ihr definitiv sehr weit kommen. Vor allem im 3 gegen 3, zusammen mit einem Schurken und einem Priester. Der Priester In Classic war er noch der Heiler schlechthin und wurde nur unter Umständen als Damage-Dealer mit den New Raids genommen. Das ändert sich auf jeden Fall mit der Burning Crusade. Mit Level 62 gibt es die Fähigkeit Schattenwort tot. Diese verursacht sofortigen Schaden und sollte im besten Fall das Ziel töten, sonst erleidet man den Schaden selbst. Man kann diese Fähigkeit allerdings im PvP auch taktisch einsetzen, um zum Beispiel das Schieb eines Magiers zu brechen. Mit Level 64 bekommt ihr verbindende Heilung. Diese heilt euch und euer Target, kostet allerdings erheblich viel Mana. Schattengeist mit Level 66 endlich eine Fähigkeit, mit der ihr Mana zurück gewinnt. Allerdings nur, wenn der Schattengeist auch wirklich Schaden verursacht. Dieser kann deswegen vor allem im PvP schnell gefokust oder kontrolliert werden. Kann im Gegenzug aber auch Schurken vom Stealthen bzw. Mana Klassen vom Trinken abhalten. Im PvE hingegen ist er in den meisten Szenarien sehr nützlich. Mit Level 68 gibt es Gebet der Besserung. Dieses heilt einen Verbündeten, sobald dieser getroffen wird und springt dann auf ein anderes Ziel in der Nähe. Definitiv ein nützlicher und flexibler Heilzauber, gut im PvP und im PvE zu gebrauchen. Mit 70 bekommt ihr dann noch Massenbandung. Diese entfernt von allen Mitspielern im Radius einen magischen Schadenszauber und von Gegnern einen Verstärkungszauber. Auch diese Fähigkeit kostet leider sehr viel Mana. Mit Level 20 bekommt zudem jeder Priester den schon aus Klassik bekannten Furchtzauberschutz. Diesen konnte in Vanilla lediglich der Allianzzwergpriester bekommen, da es dort noch ein Rassenpriester Skill war. Der Zwergpriester bekommt dafür Züchtigung. Eine vor allem im PvP extrem starke Fähigkeit. Schauen wir uns nun mal die Talente genauer an. Als Heiligpriester bekommt ihr als 41er Talent Kreis der Heilung. Mit dieser Fähigkeit seid ihr endlich konkurrenzfähig zu anderen Raid-Healern. Kreis der Heilung ist ein Instant-Heal, welcher einen Verbündeten sowie sich in der Nähe befindlichen Party-Member des Ziels heilt. Der Heiligbaum ist zudem der gängigste PvE-Spec in TWC. Als Sister hingegen bekommt ihr als 41er Talent die Schmerzunterdrückung, welches auf dem Ziel den einkommenden Schaden sowie die Bedrohung verringert und die Chance, dass Zauber entfernt werden können erhöht. Ein Diszipriester wird dank dem verbesserten göttlichen Willen gerne in Raids mitgenommen. Dieser erhöht neben der Willenskraft noch den Zauberschaden sowie die Heilung um 10%. Ein grandioser Buff für den Raid also. Sonst spielt man den Diszipriester allerdings eher im PvP. Dort hat er mit Fähigkeiten wie Seele der Macht, Absorbationsschilde, Pots und weitere Schutz- und Heilfähigkeiten das perfekte Repertoire an Skills. Der Schattenpriester bekommt als 41er Talent die Vampirberührung. Die Fähigkeit, warum er in TWC auch den Spitznamen Mana Batterie bekommt. Nachdem der Zauber angewendet wurde, bekommt die Gruppe des Schattenpriesters Mana zurück und zwar 5% des Schadens, welcher besagte Priester anrichtet. Außerdem bringt er im PvE mit seinem Talent Elend einen 5% mehr Zauberschaden auf dem Ziel-Debuff mit sich. Im PvP ist er wie auch schon in Classic sehr stark. Sein Vier, sein Zu-Schweigen-Bringen und seine Schattenform sprechen da definitiv für sich. Nach wie vor ist der Priester einer der besten und flexibelsten Heiler im Spiel. Nun auch endlich mit einer guten Gruppenheilung im Holybaum. Aber auch der Diszipriester ist gerne im Raid gesehen. Zumindest einer dank seiner starken Buffs. Fünfe Instanzen sind auch ohne Probleme zu heilen. Und in der Arena glänzt der Diszi so richtig mit einem Schurken und einem Mage an der Seite. Der Schattenpriester ist in TBC ebenfalls endlich gut zu gebrauchen. Vor allem da er seiner Gruppe Mana zurück gibt. Hier nimmt man sogar gerne mal 2-3 in 25er Raids mit. Der Paladin In Vanilla noch die einzige Klasse, welche der Allianz vorbehalten war. Ab TBC ändert sich das Ganze. Die Horde und deren neuen Rasse, die Blutelfen, können ab sofort die Klasse Paladin wählen. Waren sie allgemein in Vanilla Raids noch in die Heilerposition gedrängt, so ändert sich das auch hier. Alle 3 Skillungen sind spielbar. Egal ob Tankadin, Heiler oder Vergelter. Starten wir aber auch hier mit den neuen Fähigkeiten. Ab Level 62 bekommt ihr die Aura des Kreuzfahrers. Mit dieser seid ihr und eure Partymember um 20% schneller. Das Ganze gilt allerdings nur auf euren Mounts. Mit Level 64 gibt es das jeweilige Rassensiegel. Bei der Allianz nennt es sich Siegel der Vergeltung, welches Moderatenschaden über Zeit verursacht, allerdings nicht mit dem Hordensiegel Siegel des Blutes mithalten kann. Dieses macht etwas mehr Schaden, skaliert besser mit Tempo und fügt dem jeweiligen Paladin Schaden zu. Warum ist aber jetzt der Schaden den man bekommt so gut? Ab Level 66 erhaltet ihr die Fähigkeit Einklang des Geistes. Durch diesen passiven Skill seid ihr in der Lage bei Heilungen Mana zu regenerieren, was vor allem Prott und Vergelter Paladinen zugute kommt. Keine Panik an die Allianz Spieler. Ihr bekommt das Siegel des Blutes zusätzlich mit Level 70. Das gleiche gilt natürlich auch für das Siegel der Vergeltung für die Horde. Eine weitere neue Fähigkeit auf Level 70 nennt sich Zornige Vergeltung oder auch die Palaflügel. Mit dieser macht ihr für 20 Sekunden ganze 30% mehr Schaden. Das Ganze ist somit einer der stärksten Damage Cooldowns im Spiel. Ihr könnt allerdings anschließend für eine Minute nicht mehr eure Bubble, göttlicher Schutz oder Segen des Schutzes verwenden. Seid euch zudem bewusst, dass euch die Flügel zum Beispiel von einem Magier geklaut werden können, da es sich dabei um einen magischen Effekt handelt. Außerdem bekommt ihr endlich einen Spott, die rechtschaffende Verteidigung. Diese zwingt bis zu drei Gegner, euch anstatt euren Verbündeten anzugreifen. Der 15 Sekunden CD ist natürlich nicht ohne, allerdings macht das die 40 Meter Range wieder wett. Zudem profitiert nun endlich Fernangriffskraft vom Segen der Macht. Werden sich vor allem die Jäger drüber freuen. Schauen wir uns mal die jeweiligen Specs etwas genauer an. Und starten wir auch direkt beim Heilig Paladin. Dieser ist nach wie vor der beste Single Target Heiler im Spiel und dass er wohl Illumination von 100% auf 60% genervt wurde. Bedeutet ihr bekommt bei einem Crit nur noch 60% Mana zurück anstatt die 100%. Als 41er Talent erhaltet ihr dafür göttliche Eingebung. Diese reduziert eure Mana Kosten 15 Sekunden um 50%. Den Skill nimmt man also definitiv in jeder Holy Raid Skillung mit. Zusätzlich neu und erwähnenswert ist das Talent Gnade des Lichts, welcher die Castzeit von Heiligem Licht nach dem erfolgreichen Casten von Heiligem Licht um 0,5 Sekunden reduziert. Als Vergelter Paladin bekommt ihr als 41er Talent die Fähigkeit Kreuzfahrerstoß. Endlich eine Fähigkeit, die ihr neben euren normalen Waffenschwüngen und Siegeln regelmäßig nutzen könnt. Kreuzfahrerstoß erneuert zudem alle Richturteile auf dem Ziel. Dadurch müssen sich die anderen Paladine nicht mehr drum kümmern. Der Schaden bleibt jedoch im Mittelfeld. Dafür bietet er für den kompletten Raid mit dem verbesserten Siegel des Kreuzfahrers 3% Crit und das auf Zauber- und Nahkampftreffer. Der Schutz Paladin ist dank ein paar neuer Fähigkeiten endlich als vollwertiger Tank zu betrachten. Vor allem wenn es darum geht mehrere Gegner gleichzeitig zu tanken. Mit seinem 41er Talent bekommt er die Fähigkeit Schild des Rächers. Ein Range Skill zum Pullen von Gegnern, welcher bis zu 3 Gegner trifft, Heiligschaden anrichtet und das Ziel zudem verlangsamt. Zudem wird er wohl der neue Farmchair für alte Instanzen, da man mit diesem nun verdammt stark alten Content AOE farming kann. In Raids ist er nach wie vor der beste Single Target Healer im Spiel. Dank seiner vielen Buffs und Support Fähigkeiten ist er in jedem Raid gern gesehen. Als Tank wird er ebenso gerne in Raids eingeladen, vor allem als zweiter Tank bzw. Off Tank für größere Mob Gruppen. Dank Siegel des Blutes, dem moderaten Schaden und diversen Buffs sieht man den Vergelter nun ebenso in Schlachtzügen. Auch im PvP ist der Rhetri in diversen Kombis gut zu spielen, vor allem dank seinem Burst Schaden. Als Heiler allerdings relativ unmobil, da er so gut wie keine Heilfähigkeiten hat, welche er im Laufen benutzen kann. Der Jäger Schon in Classic war er in jedem Raid zu finden. Dort allerdings nicht unbedingt wegen seines herausstechenden Schadens, sondern eher wegen diversen Fähigkeiten, wie dem einlullenden Schuss, das Kiten von Gegnern und dem Pullen. In Bezug auf Schaden ändert sich das Ganze allerdings in der Burning Crusade gewaltig. Fangen wir aber mal von vorne an. Wenn ihr den Jäger in Classic gemocht habt, werdet ihr ihn in TBC lieben. Die Stuts eures Pets skalieren nun mit euren Stuts. Umso stärker ihr werdet, umso stärker wird also auch euer Pet. Zudem gibt es die Fähigkeit Vermeidung für euren Begleiter. Diese verringert den einkommenden AOE Schaden eures Vierbeiners um 50%. Vor allem in Raids und im PvP eine riesige Erleichterung. Außerdem können alle eure Fallen nun im Kampf gewirkt werden und ihr seid dadurch nicht mehr auf euer Todstellen angewiesen. Allerdings benötigen die Fallen nur zwei Sekunden, bis diese ausgelöst werden. Zudem wurde die sogenannte Dead Zone entfernt. In Vanilla gab es eine kleine Range, in der ihr zu weit weg für Melee-Angriffe und zu nah dran für Range-Angriffe wart. Das ändert sich in TBC. Ab 6 Meter Entfernung könnt ihr ab jetzt feuern. Alles was näher dran ist, lässt euch zuschlagen. Außerdem wurde die Fähigkeit euer Pet zu heilen zu einem Hot. Ihr müsst demnach nicht mehr stehen bleiben und dieses mühselig kanalisieren. Kommen wir nun aber zu den neuen Fähigkeiten. Ab Level 62 bekommt ihr den zuverlässigen Schuss. Dieser wird ein fester Bestandteil eurer Rotation, skaliert zudem super mit euren Stats und löst vor allem im PvE den gezielten Schuss ab. Mit Level 64 gibt es den Aspekt der Viper. Endlich eine Fähigkeit, mit welcher ihr Passiv Mana regenerieren könnt. Wenn ihr also im PvE oder PvP auf Mana Probleme treffen solltet, könnt ihr nun ganz einfach frühzeitig vom Aspekt des Falken auf den Aspekt der Viper umschalten. Mit 66 bekommt ihr die Fähigkeit Tötungsbefehl. Diese könnt ihr aktivieren, sobald ihr einen kritischen Treffer gelandet habt. Dadurch macht euer Pet zusätzlich 127 Schaden. Das Besondere daran ist, dass Tötungsbefehl unabhängig vom Global Cooldown funktioniert und ihr somit keine Zeit verschwendet. Mit Level 68 bekommt ihr die Schlangenfalle. Diese ist vor allem im PvP gut zu gebrauchen. Wenn sie aktiviert wird, spawnen etliche Schlangen, welche den Gegner mit diversen Giften versehen und ihnen somit Schaden zufügen, sowie seine Castzeit und seine Bewegungsgeschwindigkeit verlangsamen. Ab Level 70 bekommt ihr Irreführung. Die Fähigkeit, welche euch in Raids endlich entspannt pullen lässt. Ihr leitet mit Irreführung eure nächsten drei Angriffe auf euer Ziel um. Ihr packt also Irreführung auf euren Tank, schießt dreimal auf euer Ziel und schon greift der Mob euren Tank an. Das Ganze kann gut und gerne auch mal während dem Kampf verwendet werden, um euren Tank einen weiteren Agro Vorsprung zu verschaffen. Kommen wir auch schon zu den Talenten und beginnen mit der Tierherrschaft. Als 31er Talent erhaltet ihr Zorn des Wildtieres, welches euer Pet in einem Kampfrausch verfallen lässt und 50% mehr Schaden verursacht. Passend dazu erhaltet ihr mit eurem 41er Talent Wildes Herz. Wenn euer Pet unter dem Einfluss von Zorn des Wildtieres steht, erhöht sich zudem euer Schaden um 10%, reduziert die Mana Kosten eurer Fähigkeiten um 20% und ihr könnt zusätzlich nicht mehr Crowd-Controlled werden. Eine sehr mächtige Fähigkeit im PvP sowie im PvE. Zusätzlich bekommt ihr Talente wie zum Beispiel Wilde Eingebung, die den Schaden eurer Gruppe um 3% erhöht, nachdem euer Pet einen Crit gemacht hat. Das lasst euch auf jeden Fall zusätzlich zum guten Schaden noch eine gute Supporter Rolle einnehmen. Kommen wir nun zum Treffsicherheitsbaum. Dort bekommt ihr als 41er Talent den unterdrückenden Schuss. Dieser macht 50% Waffenschaden und bringt das Ziel für 3 Sekunden zum Schweigen. Ihr seht schon, eher ein PvP Talent, welches euch in der Arena gegen Caster einen gravierenden Vorteil bringen kann. Einige der neuen Talente sind hier zum Beispiel Meisterschütze, welche eure Range Attack Power um 10% erhöht oder auch an die Kehle, welches euer Pet jedes Mal 50 Fokus generieren lässt, wenn es crittert. Das ist allerdings schon recht früh im Talentbaum zu finden, sodass man es auch ganz einfach als Beastmaster mitskillen kann. Zudem bekommt euer gezielter Schuss einen Mortal Strike Effekt. Treffsicherheit skaliert allerdings nicht wirklich gut mit eurem Equipment, sodass es sich meistens in der Theorie besser anhört, als es tatsächlich ist. Zu guter Letzt der Überlebensbaum. In TWC ist dieser sehr beliebt, da er als extrem starker Melee Support Spec gilt. Schauen wir uns aber mal an, warum. Das Talent Schwäche aufdecken ermöglicht dem Jäger nach einem Crit auf das Ziel, allen Angreifern 25% Attack Power in Relation zu seiner Beweglichkeit zu gewähren. Umso mehr Beweglichkeit der Jäger also hat und umso öfter er crittert, desto mehr Schaden macht jeder Melee bzw. andere Jäger. Mit Jagdfieber bekommt er zusätzlich 40% Mana nach einem Crit wieder zurück. Als 41er Talent bekommt er Bereitschaft. Durch Aktivieren schließt er Cooldown von allen Fähigkeiten des Jägers sofort ab. Alle Fallen oder andere Skills sind demnach sofort wieder verwendbar. Mit dem Jäger habt ihr auf jeden Fall einer der besten DPS Klassen im Spiel, vor allem wenn ihr Beastmaster spielt. Zusätzlich kann er perfekt pullen und hat die ein oder andere Supportfähigkeit für die Gruppe. Man nimmt zusätzlich gerne einen Überlebensjäger mit, da er mit genügend Beweglichkeit einen extremen Schadensbuff für vor allem die Meelies ist. Auch in der Arena schlägt er sich gut, man muss ihn dort allerdings deutlich besser beherrschen wie so manche andere Klasse. Vor allem der Beastmaster dank seinem Burst ist ein beliebter Arena Partner. Aber auch Treffsicherheitshunter können die Arena rocken, die richtige Gruppe und natürlich das nötige Können vorausgesetzt. Deswegen haben wir hier auch nur 3,5 von 5 Sternen vergeben, da dies mit anderen Klassen ein wenig leichter zu meistern ist. Der Schurke, einer der gefährlichsten Klassen in Vanilla. Was sich auch in TPC nicht wirklich ändert. Mit Level 62 bekommt er Vergiften, ein Finisher-Move bei dem das tödliche Gift auf dem Gegner direkt ausgelöst und Schaden verursacht wird. Ab Level 64 gibt es tödlicher Wurf. Endlich eine Range-Slow-Fertigkeit, um fliehende Gegner besser an euch zu binden. Diese wird vor allem im PvP eine größere Rolle spielen. Level 66 bringt euch den lang erwarteten Mantel der Schatten. Er entfernt nach dem Aktivieren auf einen Schlag alle Dots und erhöht zugleich die Chance weiteren Zaubern zu widerstehen um 90%. Klingt nicht nur als einer der besten neuen Schurken-Fähigkeiten, ist es auch. Ihr könnt sie in Raids verwenden, um zum Beispiel gewisse Mechaniken zu umgehen und weiter Schaden zu ballern. Oder auch vor allem im PvP, um aus brenzligen Situationen zu flüchten, beziehungsweise um aktiv einen Kill zu machen und ein 4 präventiv zu umgehen. Mit 70 gibt es dann noch tückische Klinge, welche es euch ermöglicht, gezielt ein Gift auf den Gegner zu bekommen. Das nimmt etwas den Zufallsfaktor vom Schurken. Gehen wir auch gleich mal zu den Talenten weiter. Der Kampfschurke ist hier wohl die gängigste PvE-Skillung. Neue Talente, wie zum Beispiel Kampfkraft, welche euch mehr Energie regenerieren lassen oder auch als Level 41er Talent Überraschungsangriff für den Schaden, sprechen da auf jeden Fall für den Kampfschurken. Letzterer macht es möglich, dass eure Finishing-Moves nicht mehr ausgewichen werden können und erhöht zusätzlich den Schaden diverser Fähigkeiten wie finsterer Stoß um 10%. Auch der Täuschungsbaum wurde sehr spaßig überarbeitet. Hier gibt es neue Talente, wie zum Beispiel finstere Berufung, welchen euren Schaden sowie eure gesamte Beweglichkeit erhöht oder auch von der Schippe springen, ein Skill, welcher euch ermöglicht, tödlichen Schaden zu vermeiden und anschließend den einkommenden Schaden um 90% minimiert. Ein Megatalent, vor allem im PvP, natürlich aber auch nicht im PvE zu vernachlässigen. Ich meine, wäre es nicht schon einmal in so manchen Raids umgefallen, weil er mal wieder Aggro gezogen hat und zu spät die Vanish-Taste gefunden hat? Sein 41er Talent, Schattenschritt, teleportiert den Schurken hinter sein Opfer, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit sowie den Schaden für den nächsten Angriff und reduziert die einkommende Bedrohung für besagten nächsten Schlag. Klingt nach einer extrem coolen Fähigkeit und die ist es auch. Vor allem im PvP, wobei man damals vermutlich im PvP eher in die Kolben-Spezialisierung geskillt hat und somit nicht mehr die nötigen Punkte hierfür hatte. Als letzten Baum habt ihr noch den Meuchelbaum. Hier bekommt ihr als 41er Talent verstümmeln. Bei dieser Fähigkeit müsst ihr Dolche tragen. Nach Aktivieren schlägt euer Schurke mit beiden Waffen gleichzeitig zu, macht zusätzlich Schaden und das vor allem nochmal erhöht gegen vergiftete Gegner. Allgemein ist die Meuchelskillung eine unbeliebtere Alternative zum Kampfbaum, aber man muss ja nicht immer das spielen, was alle sagen, oder? Der Schurke ist definitiv nicht so schlecht in Raids, wie alle meinen. Durch diverse melee-unfreundliche Boss-Mechaniken und vor allem deshalb bei der Schurke die wenigsten Raid-Utilities wie zum Beispiel Buffs etc. mit sich bringt, wird er gerne mal ins falsche Licht gerückt. Der Schurke macht im PvE vor allem mit passendem Gier und etwas Skill absolut moderaten Schaden und kann gut und gerne oben mithalten. Vor allem der Kampfschurke mit ein paar passenden Schwertern überzeugt ihr auf ganzer Linie, aber auch der Meuchelschurke ist eine super Alternative. Allerdings setzt man bei diesem auf diverse andere Stats, seid euch dem also bewusst. Auch andere Dinge wie vor allem das Unterbrechen von Zaubern ist eine Mechanik von Gegnern, welche der Schurke gut unter Kontrolle bringen kann. Schaut also nicht immer nur auf Zahlen, sondern gerne auch mal über den Tellerrand hinaus. Wenn ihr also nicht gerade eine Gilde seid, welche nach World First Zeitrekorden jagen, gibt es keinen Grund den Schurken nicht mitzunehmen. Im PvP hingegen sieht es genau andersrum aus. Der Täuschungsschurke ist eine absolute Wucht. Dank seinem Burst, seinen CCs und seiner allgemeinen Mobilität ist er einer der besten Millie PvP Klassen im Spiel. Vor allem in einem 3 Arena Team mit Magier und Priester. Aber auch hier kann der Meuchelschurke in gewissen Kombis mithalten. Den gewissen Skill, wie erwähnt, vorausgesetzt. Viele haben damals aber auch auf den Kolbenschurken geschworen, welcher dank Kolbenspezialisierung zur regelrechten Stunmaschine wurde. Wir vermuten, dass sich das auch jetzt wieder durchsetzen kann und vermutlich wird. Der Hexenmeister. Einer der stärksten DPS Klassen in The Burning Crusade. Zählte er doch in Vanilla noch eher zum Mittelfeld und das dank vor allem seiner fehlenden AOE Schadenszauber, so ändert sich in TBC einiges. Mit Level 62 bekommt der Warlock seine Teufelsrüstung. Dadurch wird die erhaltene Heilung sowie der Zauberschaden erhöht. Ähnlich wie auch bei Mage ist das die neue Zauberrüstung im Spiel. Mit 64 bekommt ihr dann Verbrennen. Diese Fähigkeit hat eine verdammt coole Animation und macht zusätzlich Feuerschaden. Das sogar umso mehr sollte ein Feuerbrand auf dem Ziel sein. Stufe 66 bringt ihm die Fähigkeit Seele brechen. Diese verbraucht einen Seelensplitter, lässt dafür aber sofort 50% eurer Aggro bei allen Mobs in einer Range von 50 Meter droppen. Glaubt uns, ihr werdet diese Fähigkeit mehr als genug benötigen. Mit 68 bekommt ihr den Seelenbrunnen. Ähnlich wie auch schon bei Magier müssen euch zwei Spieler helfen, um einen Seelenbrunnen zu erschaffen. Das geschafft, kann sich jedes Party- oder Raidmitglied mit einem Gesundheitsstein versorgen. Zumindest so lange, bis die maximale Anzahl an Jesus aufgebraucht ist. Eine super Quality of Life-Fähigkeit auf jeden Fall. Auf Level 70 gibt es dann die AOE-Fähigkeit schlechthin, Saat der Verderbnis. Diese zaubert ihr auf einen Gegner und alle drumherum stehenden Mobs bekommen durch diesen Schaden. Da ihr die Saat natürlich auf mehrere Ziele gleichzeitig casten könnt, gibt es so gesehen eine kleine Kettenreaktion und eure Gegner jagen sich gegenseitig in die Luft. Starten wir direkt neu mit unserem ersten Talentbaum Gebrechen. Der Dotspack schlechthin. Als 41er Talent bekommt ihr hier instabiles Gebrechen, welcher über Zeit Schaden zufügt sowie weiteren verursacht, sollte dieser von einem Gegner entfernt werden. Gebrechen ist allgemein der Raidspack für eure ersten Raids, da er nicht so viel Hit- bzw. Zauberschaden wie der Zerstörungsbaum benötigt. Warum man zusätzlich später auch immer einen Gebrechenhexer mitnimmt, ist das Talentverhängnis. Dieses erhöht den Bonusschaden von Fluch der Elemente. Außerdem wurde ja, wie ihr sicherlich schon wisst, das Debuff-Limit von 16 auf 40 erhöht. Somit müsst ihr auch nicht mehr aufpassen, dass ihr nur eure richtigen Dots auf die Gegner bringt und könnt frei Schnauze drauf losballern. Eines der besten Quality of Life-Updates aus TBC. Zudem hat der Aphli-Lok noch umschlingende Schatten. Diese Fähigkeit verringert den physikalischen Schaden des Gegners um 5%. Ihr seht schon, ein Gebrechenhexer im Raid schadet zu keiner Zeit. Der Zerstörungshexer ist wiederum die PvE-Skillung schlechthin. Vor allem im Endgame mit passendem Hitgear. Vermutlich aber leider auch einer der langweiligeren, da ihr die meiste Zeit nur am Shadow Ball drücken seid. Aber ja, einer der stärksten auf jeden Fall. Als 41er Talent bekommt ihr Schattenfurie. Ein AOE-Damage-Spell, welcher in einem Gebiet Schaden verursacht und die Gegner für 2 Sekunden stunnt. Als Dämonologie-Hexer bekommt ihr als 41er Talent im Baum eure Teufelswache. Ein Pet, welches euch vor allem das Leveln extrem erleichtern und versüßen könnte. Ich meine, wer hat denn nicht gerne einen Mini-Dämon an seiner Seite, welcher Stunnen, Rundumschläge verteilen kann und zusätzlich die Tank-Funktion übernimmt. Allgemein ist Dämonologie eine super Allrounder-Skillung. Nicht der beste im PvE und für PvPs gilt man meistens nicht bis zur Teufelswache runter, dafür ein extrem spaßiger Spec, welcher sich auf jeden Fall lohnt mal genauer anzuschauen. In Raids definitiv einer der besten Klassen im Spiel. Man möchte immer mindestens ein Gebrechen-Warlock dank seiner Support-Möglichkeit sowie diverse weitere Zerstörungs-Hexer dank des enormen Schadens dabei haben. Zusätzlich sind grandiose Dinge wie Gesundheitssteine, Ports oder auch Seelensteine mit von der Partie. Ab Patch 2.4.3 konnte der Warlock zudem seine Mitspieler direkt in die Instanzen porten und musste diese dafür nicht erst verlassen. Im PvP ist er ebenfalls eine herausragende Klasse. Gebrechen-Skillungen mit instabiles Gebrechen in Kombi mit zum Beispiel einem Schattenpriester könnten eure Gegner teilweise zum Verzweifeln bringen. Die gängigste PvP-Skillung wird allerdings die Soul-Link-Skillung werden. Mit dieser habt ihr allgemein neben guten CC auch noch eine brutale Überlebensfähigkeit, da euer Schaden mit eurem Begleiter geteilt wird. Sollte dieser trotzdem mal sterben, ist er mit weniger Cast-Zeit dank Teufelsbeherrschung schnell wieder zurück im Leben. Ihr seht schon, auf jeden Fall eine harte Nuss. Der Druide. In Classic war dieser noch eine Art Nische. Nicht der beste Tank, nur unter Umständen der beste Heiler und vor allem nicht der beste Damage-Dealer. Das ändert sich in TWC deutlich. Zumindest geht es in eine verdammt gute Richtung, welche vor allem extrem viel Spaß macht. Starten wir auch hier mit den Fähigkeiten. Mit Level 62 bekommt ihr für Katzengestall Zerfleddern. Dieses macht Schaden und stunnt das Ziel je nach Höhe eurer Kombopunkte für eine gewisse Zeit. Jeglicher Schaden holt eurem Gegner allerdings wieder raus. Mit Level 64 gibt es den Hot blühendes Leben. Dieses ist bis zu drei Mal auf einem befreundeten Ziel stackbar und teilt nach Ablaufen bzw. wenn es gedispelt wird eine weitere Menge an Gesundheit. Einer der Zauber, welche ihr in Raids am meisten verwenden werdet. Mit 66 bekommt ihr die Fähigkeit Aufschlitzen für eure Bärform. Diese ist stackbar, erzeugt einen hohen Wert an Bedrohung und macht Schaden über Zeit. Mit 68 erhaltet ihr dann als einzige Klasse kostenlos eure 60% Flugform. Die Flugform ist instant und benötigt somit keine Zauberzeit. Das bietet sich vor allem zum Farmen von Erzen und Kräutern an. Mit 70 gibt es dann eine der stärksten PvP-Skills Wirbelsturm. Dies ermöglicht euch einen Gegner in Form eines Wirbelsturms an Ort und Stelle zu fesseln, sodass dieser für ein paar wenige Sekunden nichts mehr tun kann und gegen jegliche externe Einflüsse immun ist. Nicht mal mehr Heilung empfangen oder Schaden bekommen. Er ist wirklich komplett raus für die Zeit. Der Druide ist somit in der Arena der einzige Heiler mit einem gut kontrollierbaren CC. Kommen wir mal zu den Talentbäumen. Das Beste zum Anfang der Wiederherstellungs-Druide. In TBC heben sich mehrere Hots gegenseitig nicht mehr auf. Was bedeutet, dass wenn mehrere Heil-Druiden im Raid sind, man sich gegenseitig nicht mehr die Heilung über Zeit-Zauber klaut. Super angenehm auf jeden Fall. Als 41er Talent bekommt er den Baum des Lebens. Dort verwandelt sich der Druide, wie der Name schon sagt, in einen Baum. Er wird 20% langsamer, die Mana-Kosten für diverse Hots und Zauber werden allerdings um 20% verringert. Ihr könnt aber keine heilende Berührung mehr casten und müsstet dazu wieder in eure normale Form wechseln. Die ganze Gruppe bekommt allerdings einen Buff, durch den sie auf Basis der Willenskraft des Druiden mehr Heilung erhalten. Das ist vor allem für die Tank-Gruppe super. Allgemein ist der Heil-Druide ein super Raid-Heiler sowie der ultimative Healer in der Arena. Der Gleichgewichts-Druide wurde in TBC auf jeden Fall etwas angepasst. Talente wie Traumzustand für etwas Mana-Rack wurden hinzugefügt und der Insektenschwarm, welcher nun ein Gleichgewichtstalent ist, verringert die Treffer-Chance des Gegners um 2%. Auch die Moonkin-Aura bringt der jeweiligen Caster-Gruppe nochmal 5% Zauber-Crit-Chance. Als 41er Talent gibt es hier die Naturgewalt. Diese spawnen drei kleine Bäumchen, welche für euch kämpfen. Der Feral wurde ebenfalls super angepasst. Als 41er Talent bekommt er Zerfleischen, welcher Schaden verursacht, einen Kombopunkt generiert und den weiteren Schaden von Blutungseffekten erhöht. Allgemein ist die Katze schadensmäßig etwas aufgebohrt worden und macht extrem viel Spaß in TBC. Der Bär hingegen wurde zu einem extrem starken Tank. Dank dem 41er Talent Zerfleischen und seinen anderen neuen Fähigkeiten darf er nun auch endlich mal mehr als zwei Tasten im Raid drücken. Er ist ein Super-Off-Tank bzw. in manchen Raids wahrscheinlich sogar ein Main-Tank. Seine Flexibilität kommt ihm dabei zugute. Wenn er mal nicht gebraucht wird, macht er einfach als Katze Schaden und das vor allem deutlich mehr, wie es ein Schutzkrieger je könnte. Seine Rudelführer-Aura, welche für die ganze Gruppe plus 5 Millicrit gewährt, ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Ihr habt mit dem Druiden eine grandiose Klasse. Wollt ihr in Raids der Raid-Heiler sein und vor allem mit Hots um euch werfen und eure Mitspieler im Kampf wiederbeleben? Oder wollt ihr lieber als Bär tanken und bei manchen Bossen als Katze fungieren? Oder wollt ihr eher als Eule eure Gruppe supporten und moderaten Schaden machen? Für den Druiden ist auf jeden Fall für jeden Speck ein Platz frei. Auch wenn die Eule nach wie vor mit Mana-Problemen zu kämpfen hat und nicht den höchsten Schaden macht, so macht das ihre Aura zumindest wieder ein bisschen wett. Im PvP habt ihr auf jeden Fall einen der stärksten Heiler. Durch seine Mobilität und Flexibilität ist er jeder Situation gewachsen. Zudem kann er seine Gegner mit Wirbelsturm komplett aus dem Spiel nehmen oder an Ort und Stelle wurzeln. Kommt ihnen jemand zu nahe, verwandelt er sich in einen Bären oder rennt in Katzenform mit seiner Sprintfähigkeit einfach weg. Aber auch eine Eule hat starkes Burst-Potential, das richtige GIL vorausgesetzt. Wobei es dort allgemein gegen sehr erfahrene Gegenspieler schwer werden könnte. Der Schamane War dieser in Vanilla noch der Horde vorenthalten, so ändert sich das Ganze ab TBC. Dort ist er einer der beliebtesten Klassen im kompletten Spiel. Warum das so ist, schauen wir uns natürlich genauer an und starten auch direkt mit seinen neuen Fähigkeiten. Ab Level 62 bekommt er das Wasserschild, eine Fähigkeit mit der er passiv Mana regeneriert. Bei einem Treffer im Kampf löst sich zudem einer der drei Kugeln und stellt zusätzliches Mana her. Für alle drei Specs auf jeden Fall einer der wichtigsten neuen Skills. Mit 64 gibt es dann das neue Totem des stürmischen Zorns. Ein Luft-Totem, welches eurer Gruppe zusätzlichen Zauberschaden und Heilung gewährt. In Vanilla gab es noch kein gutes Luft-Totem für Caster, das ändert sich jetzt in TBC. Ab 66 bekommt ihr dann euer Erd-Elementar-Totem. Ein nicht steuerbares Erd-Elementar, welches euch in brenzlichen Situationen gerne mal die Aggro von zu vielen gepolten Mobs abnimmt. In Raids ist das eher weniger zu gebrauchen, da ihr dort a euren Tank habt und b nicht euren Erd-Totem-Slot dafür aufgeben wollt. Mit 68 gibt es dann das Feuerelementar-Totem. Dieses ist ähnlich wie auch sein Vorgänger nicht steuerbar und macht vor allem diversen AOE-Schaden dank einer Feueraura und einer Feuernova. Leider geht es sehr schnell um, sodass es nicht den größten Nutzen hat. Auch hier wird der Slot für euer Feuertotem leider verschwendet. Beide Elementare haben zudem einen 20 Minuten Cooldown. Mit 70 gibt es dann die Fähigkeit, warum euch jeder in der Gruppe haben will. Kampfrausch bei der Horde und Heldentum bei der Allianz. Definitiv der beste Raids-CD im Spiel. Beide Fähigkeiten erhöhen jegliche Angriffsgeschwindigkeit, sei es Zauber, Nahkampf oder auch Fernkampf für 40 Sekunden um 30%. Ihr könnt Kampfrausch bzw. Heldentum sogar in der Arena verwenden. Vor allem in der 5 gegen 5 Arena ein riesiger Vorteil, wobei es natürlich gereinigt oder gestohlen werden kann. Der Verstärker-Schamane kann ab TBC dank seinem Dual-Wheel-Talent gleichzeitig zwei Waffen verwenden und ist zugleich ein starker Melee-Supporter zwecks dem Talent entfesselte Wut. Dieses erhöht die Nahkampfangriffskraft aller Gruppenmitglieder um 10% nach einem erfolgreichen kritischen Treffer des Schamanen. Eure Melee-Kollegen werden euch alleine deswegen lieben. Zusätzlich gibt es noch das Talent Schamanistischer Fokus, welches euch helfen soll Mana zu sparen und ihr deshalb nach jedem Crit 60% verringerte Mana-Kosten für eure Schockzauber habt. Als 41er Talent gibt es eine weitere Fähigkeit um Mana wieder herzustellen. Schamanistische Wut. Nach dem Aktivieren haben eure Angriffe eine Chance Mana zu regenerieren. Zusätzlich erleidet ihr für die Zeit 30% weniger Schaden, auch also ganz gut im PvP zu gebrauchen. Ihr seht, mit den letzten beiden genannten Talenten sowie dem Wasserschild habt ihr einige neue Möglichkeiten wieder an das blaue Gold zu kommen. Als Elementarscharme wird es ebenfalls recht spaßig. Dort gibt es mit dem Talent Blitzüberladung die Möglichkeit von 20% einen weiteren Blitz zu verschießen, der keine Bedrohung erzeugt und halb so viel Schaden macht. So gesehen der Windfury Proc der Eile-Schamanin. Als 41er Talent gibt es das Totem des Ingrams. Das Totem, warum jeder Caster einen Elementarschaman in der Gruppe haben will. Dieses gibt allen Gruppenmitgliedern 3% Zauber-Crit und Zauber-Hit. Totem des Ingrams und Totem des stürmischen Zorns lassen eure Mitsauberklassen das Sabbern beginnen. Der Wiederherstellungs-Schamane ist und bleibt der beste Raid-Heiler im Spiel. Dank Kettenheilung ballert er die Lebensbalken seiner Mitspieler nur wieder so in die Höhe. Mit dem 41er Talent gibt es aber auch etwas für den Single-Target-Heal, das Erd-Schild. Dieses bufft ihr ganz einfach auf eure Mitspieler und sobald diese getroffen werden, löst es eine von 6 Aufladungen auf und heilt den Spieler. Zusätzlich kann er 30% weniger beim Casten unterbrochen werden. Das bietet sich vor allem an, wenn das Erd-Schild auf einen Caster-Kollegen klebt. Ab TBC könnt ihr zudem via der Fähigkeit Ruf der Totems eure Totems zerstören und bekommt dadurch sogar 25% des Basis-Manas zurück. Den Skill bekommt ihr sogar schon mit Level 30. Allgemein glänzt ihr mit diversen Support-Totems wie Windfury oder dem Mana-Rack-Totem und könnt euch zudem dank Reinkarnation selbst wiederbeleben. Mit Astraler Rückruf habt ihr zugleich einen Ruhestein, der nur 15 Minuten Cooldown hat. Der Schamane ist einer der beliebtesten Klassen in Komplett-TBC und wird vermutlich am meisten in den Raids mitgenommen. Moderator bis sehr guter Schaden, vor allem später im Spiel und grandiose Heilleistung sei Dank. Es wird nicht unüblich sein, dass man bis zu 5 Schamanen pro 25er Raid mitnehmen möchte, vor allem dank Heldentum bzw. Kampfrausch und deren Support-Totems. Im PvP ist er ebenso stark, allerdings ein wenig Skill und vor allem die richtige Gruppenzusammensetzung vorausgesetzt. Der Verstärker und Elementar finden sich vor allem im 5 gegen 5 wieder, da sie dort am besten ihre Stärken verwenden können. Aber auch der Resto ist natürlich in den kleinen Arena-Gruppen spielbar, auch wenn er deutlich unflexibler ist wie seine Kollegen und man einiges mehr Fake-Casten muss. Ein kleiner Disclaimer noch zum Schluss, die Sterne, die ihr im Fazit der jeweiligen Klassen gesehen habt, dient vor allem dazu, neuen Spielern einen ungefähren Richtwert zu geben. Wir wissen natürlich selbst, dass ein extrem guter Spieler deutlich mehr rausholen kann, als jemand der TBC zum ersten Mal spielt. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, welche Klasse ihr spielen wollt und werdet. Wenn euch das ganze gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. Schaut doch auch gerne mal auf unseren anderen Kanälen wie Twitch oder Instagram vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung, würde uns auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne, viel Spaß in TBC und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.